Usefulgerman.com Vor kurzem war ich bei der Post. Leider hatte ich vergessen mein Fahrrad anzuschließen. Jetzt ist mein Fahrrad verschwunden. Ich glaube, dass mein Fahrrad gestohlen wurde. Ich glaube, dass mein Fahrrad gestohlen wurde. Bevor ich jedoch zur Polizei gehe, möchte ich noch im Fundbüro nachfragen. Vielleicht hat jemand mein Fahrrad im Fundbüro abgegeben. Vielleicht hat jemand mein Fahrrad im Fundbüro abgegeben. Das Fundbüro befindet sich am anderen Ende der Stadt. Das Fundbüro befindet sich am anderen Ende der Stadt. Ich werde den Bus nehmen, um zum Fundbüro zu fahren. Ich werde den Bus nehmen, um zum Fundbüro zu fahren. In diesem Gebäude ist das Fundbüro unserer Stadt. In diesem Gebäude ist das Fundbüro unserer Stadt. Ich war schon lange nicht mehr hier. Ich gehe jetzt zum Schalter und frage nach. Ich gehe jetzt zum Schalter und frage nach. Ich habe der Frau vom Fundbüro meinen Sachverhalt erklärt. Ich musste mein Fahrrad genau beschreiben. Ich musste mein Fahrrad genau beschreiben. Sie hat alle Daten in den Computer eingegeben. Sie hat alle Daten in den Computer eingegeben. noch wurde kein Fahrrad, das meiner Beschreibung entspricht, gefunden. Sie hat aber meine Telefonnummer gespeichert. Sie hat aber meine Telefonnummer gespeichert. Sollte das Fahrrad noch gefunden werden, wird sie mich anrufen. Ich bin ein wenig traurig, dass mein Fahrrad nicht hier ist. Nun muss ich davon ausgehen, dass mein Fahrrad wirklich gestohlen wurde. Nun muss ich davon ausgehen, dass mein Fahrrad wirklich gestohlen wurde. Ich habe mein Fahrrad sehr gemocht und bin fast jeden Tag damit gefahren. Ich habe mein Fahrrad sehr gemocht und bin fast jeden Tag damit gefahren. Mein Fahrrad war nicht gerade billig. Ich hatte es mir vor zweieinhalb Jahren gekauft. Ich hatte es mir vor zweieinhalb Jahren gekauft. Am besten gehe ich jetzt gleich zur Polizei und melde den Diebstahl. Danach kann ich die Versicherung kontaktieren und alles ist erledigt. Wurde dir schon mal ein Fahrrad gestohlen? 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 Wurde dir schon mal ein Fahrrad gestohlen?